Ich habe da ein Problem. Einerseits bin ich liebevoll und harmoniesüchtig. Andererseits merke ich, dass die Menschen sich immer weiter von Medien, Politikern, Verschwörungstheorien, Pseudowissenschaftlichen Kanälen, Wirtschaft oder Meinungsblasen manipulieren lassen. Völlige Verunsicherung wechselt sich mit blindem Dogmatismus ab. Die Leute da rauszuholen und wieder zu selbstverantwortlich klar denkenden Menschen zu machen, und das ist mein Job. Du willst die Wahrheit über Ernährung und mentale Gesundheit. Willkommen auf War Spirit. Hier gibt es keine Show, kein Bling-Bling, keine Ideologie, kein gebügeltes Hemd, nur aktuellste wissenschaftliche Fakten und daraus praktisch anwendbare Ableitung für deinen Alltag. Fast täglich seit 10 Jahren über 3000 Videos gibt es mich. Aber hey, das ist kein gemütliches Sofa, wo du hören wirst, was du hören willst. Das, was du heute weißt, kann morgen schon wieder überholt sein. Bubble-Kultur ist hier nicht. Gerade was die Ernährung angeht, aber auch andere Themen, wie gesunde Beziehungen, Bewegung, klarer gesünder Geist. Das alles bringt meine Zuschauer immer regelmäßig an ihre gewohnten Grenzen und darüber hinaus. Such dir aus, was du bereit bist zu ertragen. Aber vergeute weder die Zeit unserer Community hier noch meiner mit schon widerlegten Fakten der Vergangenheit den Wunsch, dass alles so bleiben soll, wie es ist, unnötige Sicherheits- und Kontrollzwänge oder starren Ideologien, sondern lass dich auf das wahre Leben ein. Ständig transformierend, ständig erquickend, eine nicht endende Quelle an Inspiration und Energie. Nicht immer ausschließlich durch Wissen erklärbar, aber dieses ist als Grundlage unabdingbar für uns dual denkende Menschen. Ich respektiere deine Meinung, wenn du sie begründest, egal was du denkst. Willst du etwas nicht hören oder wahrhaben oder es fehlen dir die Argumente, mache es dir leicht. Ich ziehe mich für dich nicht schön an. Ich kenne mir nicht meine Haare fürs Video oder manchmal ziehe ich mich gar nicht an. Es ist ganz einfach für dich. Ich bin ein Idiot. Du kannst mich ignorieren. Verschwende deine Zeit auch nicht. Willst du dein Leben wirklich gesünder ausrichten, dann findest du hier auf diesem Kanal die beste deutschsprachige Auswahl an aktuellen Informationen und Inspirationen für deine Gesundheit. Alle Quellen, die ich verwende, sind in der Infobox immer verlinkt und wenn es Erfahrungen und eigene Überzeugungen sind, sind sie als genau das gekennzeichnet. Denn die Augen vor den Erfahrungen zu verschließen und sich auf das Wissen zu versteifen, sei es die eigenen Erfahrungen oder die anderen Menschen, das ist auch pure Ignoranz. Nur wenn wir alle zusammen unsere Perspektiven vereinen, bekommen wir das Maximum an Informationen, aus denen wir dann natürlich individuell unsere Meinung begründbar bilden können. Daher teilt eure persönlichen Erfahrungen zu den jeweiligen Themengebieten gerne ausführlich in den Kommentaren. Ich lese jeden Kommentar. Das hier ist nicht irgendein Job oder es machen YouTuber, weil ich Fame haben möchte. Das ist mein Leben. Ich brauche keine Work-Life-Balance, weil ich mein Leben seit über 20 Jahren darauf ausrichte, zuerst mir treu zu bleiben, gesund zu sein, im Einklang mit der Natur zu leben und dann zu schauen, was geht. Deiner eigenen, individuellen und daher ungemein wertvollen Art und Weise zu leben. Das ist das Entscheidende. Und das ist auch das wahre Problem unserer Gesellschaft. Der Verlust der Selbstverantwortlichkeit und der Individualität und den Mut auch, sich auf Veränderungen und Neues einzulassen. Gesundheit ist kein Zustand, den du einmal erreichst und dann ist alles easy, weil du an einem Konzept hängen bleibst. Veränderung ist der Schlüssel. Ständig. Wie die Natur um uns herum. Natürlich, das macht Sinn. Wer bin ich? ZAMU. Ich bin Wissenschaftler, Forscher, Mensch. Wir sind keine Bubble, sondern wir befruchten uns durch unsere Andersartigkeit, durch unsere Individualität. Der Verlust, gerade in Deutschland, der Diskussionskultur hin zu einer übertriebenen normativen Gesellschaft, tut uns nicht gut. Spaltung, Gräben und Politikverdrossenheit. Alles entstanden aus Hilflosigkeit, aus Trotz und Verlust der Selbstverantwortung. Auch mal aufzustehen und für sich einzustehen. Aber zu akzeptieren, dass andere auf der anderen Seite auch aufstehen für ihre Meinung. Viele Leute suchen die Schmerzfreiheit, das Schöne, das Einfache. Aber rat mal was. Schmerz und Veränderung, das sind keine Bösewichte. Sie sind dein persönlicher Weckruf der Natur, dass da irgendwas schief läuft. Krankheiten sind klare Hinweise. Bügel sie weg mit Medikamenten oder die Flucht in esoterische Konzepte. Oder begib dich auf die Suche nach deiner wahren Natur. Also bist du bereit, deine kuschelige Komfortzone zu verlassen und dich ins Abenteuer ganzheitlicher Gesundheit zu stürzen? Ich hoffe es, denn ich bin es und wir fangen jetzt an. Ich bin es und wir fangen jetzt an.